Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Atlas! Und wieder mit dabei die Alize! Hallo! Der Hobbit, der Schafbock, der Shinzon, der Sub-Zero, der Rock, der T-T-T-Töppi! So, und neue Schatzsuche, würde ich sagen. So, jetzt habe ich aber alle, da habe ich keinen vergessen, oder? So, neue Schatzsuche, da hinten seht ihr schon leuchten. Ich habe meinen Bogen gar nicht mehr ausgerüstet. Geht auf die Nahkampfwaffe. Also zwei, drei Leute sollten auf die Nahkampfwaffe gehen, der Rest kann es nicht sein. Gab es hier eigentlich, ne, hier waren keine so aggressiven Schlangen. Du Schlangen. Also nichts besonderes. Geil, hier schön, per Sonderaufgang, der ersten Schatz heben, das ist doch super. Okay, Leute. Jetzt wird'sch eklig. Einunddreißiger. Der ist ne größte Zahl. Mhm. Das muss ich mal anzünden hier. Jawoll! Trauerhören, Motherfucker! Oh, ich habe einen von uns getroffen. Was ist das denn hier? Da oben, der ist auch Bogenschütze. Oh! Hä? Wir kriegen dieses Angezielte weg. Ah! Ah, mit R, okay. Der Bogen ist kaputt. Komm rein, Junge, mach dich kaputt! Wie langsam der zuhaut! Ist das normal? Aua! Alter, was? Warum schießt ihr alle auf mich? Alter, ich bin aus wie ein Igel! Au! Ich sterbe. Betont! Ich sah aus wie ein Igel! Alter, wart ihr das oder war das der Gegner? Natürlich, jetzt müsst ihr wieder sagen, das war der Gegner, aber... Ohne Schlange, ey, tolle Wurst! Geh weg! Ich sah aus wie, wie Dingsbums. Wie ein Igel, Alter! Hm. Bin ich halt da oben. Bogenschützen. Das habt ihr doch mit Absicht gemacht. Habt ihr euch heimlich jetzt geschrieben? Außerhalb des Streams und des TS? Wo ist jetzt mein Link? Da hinten. Gibt's hier eigentlich auch Armbrust? Nö. Nö. Hat einer eine Spitzhack oder eine Axt mit? Nee. Ja. Das ist noch ein Schiff, ja. Hängst du mit dem Dings drin oder was? Wo bist du? Ja, komm wieder zu mir. Am Wasser direkt bei uns. Oh, Rückkämpfer. Dann wollen wir uns die gleiche kaputt haben. Gehst du da hin? Putz, Junge! Dankeschön. Ah, hier ist ja noch einer! Boah, der war knapp. Daneben! Ja. Geh, ich bin so klein und der steht auf dem Berg, deswegen trifft er mich nicht. Ja. Ja. Das waren doch alle, oder? Ja, wir. Schlange auch tot? Ja, das ist auch schon. Wenn dich die Zahlen nerven, dann mach doch einfach hier auf Backslash. Ah ja, genau. Mensch, schneide doch mal tot jetzt, so. So. Und jetzt buddeln, oder was? Hä? Wow! Respawn! Jungs! Ja, toll. Rett der alleine nicht, oder? Ich hole die einfach zu euch, oder? Oh, ich gehe eilen. Bringen die euch mit. Wieviel müssen das denn immer sein? Ich sehe jetzt fünf. Au! Leute, die kommen nicht mal mit! Wir müssen den Schuss bis jetzt. Die drehen wieder um und, äh, gehen da hin. Sollten da aber zusammen hin, denke ich. Müssen jetzt mal da oben, da. So, Attacke. Ruf sie mit, gebrüll. Brüll! Brüll! Die lassen sich, glaube ich, nicht so beeindrucken. Ähm, Sub, du bist so ein bisschen aufzingelt. Ey, da haben wir hier. Warum wollen die eigentlich immer nicht? Nö, gar nicht. Au! Hat er sich grad wieder eingekramen? Jep. Kommt vor. Wow! Der scheiß Hohengräser. Aber jetzt kommt er wieder raus. Ja, da haben die wieder volle Energie, ey. Aber Bogen bricht ganz schön schnell. Jep. 60 Schuss hast du. Perville, mach mal Platz. Danke. Passt doch. Bisschen viel. Haha. Einer ist tot. Warum den einen noch? Ein Klingel, 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 Klingel. Was ist noch einer? Ah ne, doch nicht. Haben wir die jetzt alle wenigstens? Ja, der da hinten war, den hab ich noch Platz gemacht. Schippe! Muss aber nur ne Schippe rauflegen, Junge. So, jetzt ist der bestimmt wieder da. Nee, du musst erst noch 10.000 Millionen Leute töten. Aber das wird der Level-Anzahl gerecht werden. 31er, ne. Na ne, jetzt geht's. Haha! Warte, Daniel. 125 Gold. Blueprint für... Was war das? Alter für Klamotten. Aber nur für Heid-Klamotten. Nee. Leute läuft bei mir. Verfuhrklamotten. Das ist was für Alicee. Blueprint für Masterwork heavy shield. Oh. Masterwork Plate Pants. Sehr gut. Hab nischt, weil... Einfach Chris angefangen hat. Hä? Du warst wohl nicht hier. Geht man nicht da. Warum denn nicht? Gut. Beim nächsten Mal wird durchgezählt. Haha. Danke doch, Mohat. Nächste war ich. So. Das bedeutet... Laufen wir oder fahren wir rum? Und wie wolltest du es weg? Na, direkt auf der anderen Seite der Insel. So am Osten. Und was sagen die anderen Karten? Nicht, dass wir alle da hinfahren müssen. Alle da. So, dann... Dann lass uns am besten laufen. Weil eines in der Mitte noch. Könnt mal gucken, ob ihr vielleicht in der Basis noch ein paar Ressourcen findet, die irgendwie für euch Reparaturen oder sonstiges. Na, ich müsste mal meine Prögen... Bei dir in der Bude? Bei mir, ja. Warte, ich guck. Na, das ist jetzt genau mittig. Mittig in der Bucht, wo... Warte, warte, ich hab was, ich hab was. Ich hab was hier drin. Wo die beiden Inseln quasi sich trennen. Tadaaa! Bitte schön! Äh... In die Bucht hier rein oder was? Ein Ebel. Jaaa. Ein Ebel. Na gar nicht. Ist jetzt gleiche. Aber ich seh's noch gar nicht. Das sieht man doch eigentlich voll weit. Jaaa. 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 Gehen! Rechts! Rechts! Wir müssen rechts! Ich halt hier vorne an. Nee! Rechts! Vordersegel einfahren! Vordersegel einfahren! Jo! Wir sind aber flach! Alter! Da hast du gerade quasi Millimeterarbeit! Ja, ich weiß was ich tu! Ich weiß was ich tu! Jaaa! Die kannst du quasi laufen. Guck mal, hier mehr Pfeil gibt's nicht. Als ob das jetzt funktioniert. Menos! Schatz! Töppi! Hallo Töppi! Der steht drauf. Wandern! Heif ist doch! Voll die entspannte Musik. Die Gruppe mit dem Schiff, die war nicht schlecht. Die war richtig krank. Ich stand vorne drauf. Du bist fast... Das war echt Millimeterarbeit. Ich bin wieder der gleiche. Oh Gott, ich doch verarsche. Ich steh den hier ab. Bits! Alle da? Nein! Nein! Töppi weht! Ach der Töppi wieder! Jo! Immer der orangene Power Ranger! Entschuldigung, ich muss das mal dringend holen. Ich muss das mal aufs Wasser laufen lassen. Wie machen das die Vollzeit-Streamer einfach laufen lassen? Zum Katheter oder was? Extrem krankerlich! So! Voll entspannte Musik! So! Voll entspannte Musik! So! Ihr könnt loslegen! So! 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 besser wo das ist genau ganz oben haben wir kletterhaken dabei natürlich nicht nein 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 können wir die irgendwie craften sind wie lang was braucht man für die kletterhaken die kann man doch im inventar oder oder ein smithy nee brauchst du smithy für aber die haben wir nicht auf dem boot ja was brauchen wir für wir haben ein paar ressourcen im schiff so standard ressourcen 23 metall auf jeden fall bei ja da hausse hier ein paar steine kaputt das schiff brennt oder ist ein lagerfeuer kommst du wieder total verkohlt scheiße das genau oben wofür reicht die ausdauer so also smithy ist unten oder wer wo denn die ist auf dem anderen schiff aber warte mal warte mal warte mal warte mal kommen die nicht so herstellen ja ja warte doch mal rauchen was für euch das hier gib mir mal ich mach das mal eben jetzt halt hab ich hab ich auch standweißer heißen äh heißen hab ich das hab ich äh das ist auf jeden fall eine höhere herausforderung veralberheit medelwood wie viel metall hat noch ein paar steine ja ich glaube ich einmal in die kapitänskiste am besten dann gucken wir am besten dran wollen wir jetzt da hochklettern oder was weißt du wenn es ich habe jetzt zwei stück die werner bereich wo wär's denn am sinnvollsten nicht dass wir da oben noch einen vorsprung die sieg ist über gucken auf dem bricht rechts also genau in der mitte vom stein auf dem bricht mal gucken gehen ich bin so das soll sich gleich wieder er hat sich weiter guck dir mal meinen schon da an weil ich gar nicht mehr nehmen hier stimmt wir sollten mal hier noch Klammer Waffen ausrufen aber sie alle so und jetzt die 6 r r ist noch ein Boot was macht er denn der springt hier rechts und links ausdauer dran all das stimmt ausdauers ein bisschen ich hänge gerade mit 0,1 Ausdauer kriegt man was dazu? äh ne wir fallen jetzt alle drei Roller an du kannst schon weiterklettern du verlierst Leben und kriegst, äh, betäubt, äh, betäubt Torpo, oder? oha alter, aber richtig viel rechts, 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 gar nicht stimmt rechts von dir ist, ist der Torsprung ok, nice, wir müssen nur bis zu mir kommen ok oder bis zu Schafbock das heißt ok jup krass, da geht das Essen richtig doll runter wie schön bemalt ja und Torpo, also kurz vor dem End schlafen ich hab die schwarz-rot gemacht wie mein? ja glaubt das haben wir das mal machen hier runter wie er gehend sogar runterslidet, alter hCC krass jma da ist ein schat habe ich die Segel sind ja gerade zu wer war das denn? aber du bist doch noch hier oben rosa ja für bug frei das sah nur so aus oder was? das muss doch jetzt reichen mach dir mal ich krieg keine Austausch, weil ich Knochenrohr ab geht mal weiter ich bin fast am Einschlafen ja ich auch aber jetzt schaffst du es auf jeden Fall ich bin oben die kommen doch nur wenn ich die Karte ausrüste oder? ja glaub schon war schöne Aussicht hier guck mal ob er da oben Gems findet das ist ernst gemeint weiß ich immer nicht wie die ausschauen so hinlegen und Alter diese Schildkröten haben den gefährlichsten Sound im ganzen Spiel weißt du? ich seh die nicht hier und auch immer David bitte? ja die sind schön schöne schöne pink hier ist nicht so Gemsig genau schöne Gäle hier musst du jetzt aber aufpassen in meinem Kämpfen es ist ganz schön eng hier oben oder holst mir zuerst alles weg immer mehr doch ich mein zwei Pindel willst du es echt? und dann respawnern tja der ist ein bisschen schneller ganze lange wegholzen was mit den anderen jetzt hier schlafmützen nein Lampe an bitte ja die ist grün ja die sieht man gar nicht so die ist grün Leute warum ist die grün doch das sieht man ja ist das normal dass die grün ist da kommen sie ne noch nicht schießen die kriegen keinen Schaden und spart euch Pfeile jetzt könnt ihr ja schießt auf mich Hilfe 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 Reden hab ich aber kann Klauele Wie scheiß Leben hat der denn? da ist noch einer tot jetzt da ist sogar hier alter halt still Christian ist hier boah der hat schon eingebaut das hier der ist auch tot sehr gut stimmt die bullen sich wieder ein das scheißer klinge wieder Energie dazu ja die müssen ja alle auf allen boah der kommt aus dem Boden ich hab ihn auch schon dicken hinterlegen Daniel soll ich erstmal nochmal ähm Picke holen dran du da drauf da sind noch ein paar drinne der ist gleich für den Pflichting mal Kopfschüssel versuchen dann können die schön schaden 39 oah 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 was warum er sich hinter mir du Arsch boah jetzt muss ich aber ein bisschen im Kreis laufen ja durch der D-d-d-d-aufrecken waaah 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 wie Kumm waaah waaah Was machst du denn da? Steh auf den Laufenden ran. Wieso? Der ist noch ein kleiner, auch noch. Wie kam der noch mal neu? Ja, ist klar, Digga. Voll ge-sandwiched. Noch zwei. Da rennt hinter mir her. Du schießt drauf. Ist hübsch, oder? Ja. Da sind keine Pfeile mehr. So, was machen wir hier jetzt? Wir waren ja scheiß Vorsprung. Oh, weia, ja. Mit einer Pfeile mehr. Bei mir, was du meine Leiche findest. Ja. Hat sich wieder einiges haben. Zwei. Drei. Eigentlich nur greifen bis alle hier sind, oder? Dann kriegen wir ein Blatt. Weil er gräbt sich zu schnell wieder ein. Fünf und drei sind... Oh, guck mal. Magst du es nicht? Ich will aufpassen, im Typ hier ist kalt. Nur Level 17. Ja, reicht doch. Waaah, püppelapupp. Kipika, meinst du? Ja, deine Tiere kannst du auch einmal, ne? Aber das ist ne blaue, wa? Ja, also da kriegen wir schon gut was raus. Okay. 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 Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit. Jetzt mal ganz, das holst du wieder weg. Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit. Jetzt muss kalt sein. Oh, wie kriegt man das wieder weg? Was denn? Ich hätte mal noch einen Bogen mitnehmen sollen, verdammt. Ich bin gleich soweit. Kann ich denn nachher gehen, wenn ich oben bin. Wenn ich was angemalt habe, krieg ich das auch wieder weg? Ja, so wie du es angemalt hast. Äh, dann mit rechter Maustaste, glaub ich, oder? Geht aber nicht. Ich hab lauf einfach nur weg. Sieht doch schick aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob man einen Bogen einfärben kann? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin gleich da. Ich tue den einfach mal an, kriegt der da überhaupt Schaden? Der 72 ist schon nice. Ja, das knackert. Aber der kriegt durch Feuer gar keinen Schaden, kann das sein? Jetzt ist der Bogen auch noch kaputt. Ist er wieder weg? Ja. Ja. Jetzt krebt er sich wieder ein. Großer Umfliegel. Ja. Ja, deswegen sag ich ja, die anderen müssen alle da sein mit Waffen. Ich brauch oben Pfeile. Auf Wieder. Sind jetzt alle wieder oben? Ja, ich bin oben. Ja. Haben wir noch ne Lampe? Warte mal. Jetzt kommt er. Wie kann ich denn eigentlich mit beiden Händen schießen? Da muss es gehen, glaub ich. Ja, muss er. So, dann war Feuer frei, wa? Ja. Direkt auf mich hier. Sau. Boah. Schießt du mich doch mit Feuer fallen? Entschuldige. Der hat sich gerade weggezogen. Ja, ja, ja. Der hat aber keine Rüstung mehr an. Stimmt, der hatte vorher Rüstung an, oder? Ja. Der hat sich gequickt. Alter. Wie viel Schaden denn macht? Aber der Typ macht auch Schaden. Ja, ja. Schaden. Oder wir, da?! Fahrlung rein. Sch명, doch挣 Gestacht! Alter, ich hab Knorrbrocht durch ein' Hit. Tö, ich nicht. Oh erstmal, was ich so genauso. Ich someday echt Municipal. Schichtけてu stones. Jуем, j☆. Der hat uns schnell reingebumst! Ich hab ihr beter pfeil in dem Rücken. �들, man wollt mir was sagen. Toll aus. Das so wie es aus sieht. Okay, sag ich. Jungs, wollt ihr mir was sagen? Nicht toll aus. Das ist nicht so wie es aussieht. So, alle da? Jo. Jetzt bin ich mal gespannt. Ready? Let's go. Weizensamen. Warte, warte, warte. Ist das noch einer da? Alle da. Toll. Hörscher. Bolles Loch. Was ist das, du Puder? Bolles Loch. Was? Hörscher, oder? Hörscher. Hier liegt eine scheiß Leiche. Was? Ist das meine? Lachen wir nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir kriegen. Hm. Na ja, da lebt noch einer. Verdammt. Wo ist denn die her? Scheiße. Braucht wer einen Pfeilerbogen? Alter, guck dir mal den Himmel an. Ah, ich brauch meinen Hörl. Das ist mal ein Blutmond. War das nicht so bei Vikings? Bibi, Bogen. Hieß das nicht Blutmond? Braucht noch wer einen Bogen? Jupp. Ansonsten tra Sammelschейств. Wahrheit, ganzaciones Untertitelung. Mach 2011 Vielen Dank.